ARD Text im Auftrag von Funk Yes! 5.30 Uhr! Auf! Hallo. Jo, Brito, was geht ab? Jo! Sag mal, kennst du noch? Nein. Ich jetzt mal erst was? Also ich meine, du hast zwei Stunden am Arbeitsplatz. Ich auch. Okay. Ja, hab schon geschnitten alles, bin grad am Statttisch. Rechtsanwälte Dietrich und Bergenstadt, schönen guten Tag. Morgen, Schatz. Guten Morgen. Guteagen. Was? Ich bin auf. Ich bin auf. Wie war ich? Und von einem Tag? Ich bin auf. Lass mich überden jetzt auf. Ich bin auf. Ich bin auf. Ich bin auf. Es war. Ich bin auf. Aufstehen! Fertig! Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, unsere Arten von Aufstehern oder unsere Arten aufzustehen. Schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, wie ihr morgens aufsteht oder ob ihr euch vielleicht irgendwie wiedererkannt habt in dem Video. Vergesst nicht, die anderen Teile auszuschecken, da gibt es noch viel mehr Arten aufzustehen. Die seht ihr auf den Kanälen hier, das findet ihr in der Eco-Vox. Guckt bitte auch unbedingt bei der lieben Amrei Hard vorbei, die kennt ihr aus unter uns, die hat jetzt einen Kanal und den müsst ihr bitte unbedingt abonnieren. Also vergesst nicht in die Kommentare zu schreiben, gebt einen Daumen nach oben, wenn ihr mehr von uns sehen wollt und ich sag gute Nacht. fra. Awww. 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 Vielen Dank.